hallo und herzlich willkommen zurück hier in fallout 4 so es gab eine neue fallout version darkest nights funktioniert momentan nicht mehr und ein anderer mod das craften von munition funktioniert momentan auch nicht mehr mit dieser version was ich sehr schade finde aber es ist leider so was soll ich da machen so das ding kann ich nicht hacken das ding können wir leider nicht hacken wir werden erstmal gucken wir haben doch bestimmt skill punkte special skill punkte skills level wir haben einen auf jeden fall wahrnehmung wir wollen gerne hacken das wäre intelligenz glaube ich hier hacker deine wissen über moderne computer verschlüsselung ermöglicht ihr folg fortgeschritten terminals zu hacken und mehr haben wir auch gerade nicht an punkten mal gucken ob wir das jetzt hacken können ja wir können ist hacken so wollen wir noch mal gucken kräftet ist nix richtig scheiß das kann ich horizon sein hauling hätte sein können noch zwei richtig kann es nicht sein er kann nichts mit er sein ok jetzt mal raus es ist gar nicht mal so einfach das ding hier noch mal schauling ist nur einer richtig hier sind zwei richtig kann es ja nicht sein kann es ja nicht sein kann es nicht sein kann es nicht sein kann es nicht sein also roberts kannst du das nicht sein weil es ja ein e drin da hast du ein e drin e ist ein e drin e ist ein e drin hier sind zwei hier ist ein e drin hier ist ein e überall e bin ich jetzt blöde Hedge ist ein e drin aber nur richtig und dann gibt es noch eine zweite seite von der ich nicht sehe und rituals waren zwei richtig bin ich denn ich ich sehe es ein wenig ich sehe es noch nicht platz noch mal wenig sind drei richtigen muss also mit ihnen geht was sein reading oder selling oder burning es kann aber nicht gar nicht sein weil wir jetzt erfähle ich dich kann es wieder link sein geht doch mühsam ernährt sich das eichhörnchen ich möchte diese tür öffnen ich danke dir ich habe heute auch mal wieder keine musik drinnen einfach weil ich die atmosphäre dann stimmiger finde ein paar patronen und eine taktische leichte pistole das ist schön jetzt werde ich erstmal speichern jetzt gehen wir mal hier hoch immerhin funktioniert noch der mod mit dem runterhalten bin ich auch schon mal sehr froh drüber muss ich sagen wenigstens das funktioniert noch funktioniert auch angeblich immer noch dass ich unendlich platz habe in städten bauen sind wir auch noch mal dazu kommen so jetzt haben wir aber das hier auch erledigt hier war meine tankstelle in super duper markt waren wir noch nicht drin wir waren aber schon hier überall wir müssen nach da ja hin wir müssen nach da ja hin das sind die einzige stadt da verläuft man sich leicht wäre ich hier schon drin glaube schon Kommen wir nochmal nach. Ist auch nicht viel. Ich glaube hier waren wir aber auch schon. Man kann gar nicht merken, wo wir schon bald waren. Hier waren wir aber doch noch nicht, oder? Ne, hier waren wir noch nicht. Wir haben wieder ganz viel Schrott. Wir haben vergessen, was die Speiertaste war. Wir haben wieder eine Gude. Wir haben noch ein bisschen auf Ghoulia gehen hier. Dann haben wir wie gesagt gleich da rein in die Fabrik. Das machen wir dann aber nächstes Mal. Wir sollen hier vorher wieder ganze Sachen wegbringen, damit wir wieder mehr Platz haben. Um alles was wir da so finden mitnehmen zu können. Pro Gewehr. Pro Gewehr. Wow. Wir haben auf jeden Fall hier auch ein Radio. Automatisierte Nachricht wird wiederholt. Hier ist gelähnte Halen vom Aufklärungstub Gladius an alle Einheiten in Reichweite. Autorisierung Arx Ferrum 9 5. Unsere Einheit hat Verluste erlitten und wir haben kaum noch Vorräte. Wir erbitten Abholung oder Unterstützung an unserer Position am Polizeirevier Cambridge. auch ohne Punkt, aber wir brauchen auch noch seine Anstrengungen. Bei uns sind die Sabren schon nicht die. Das ist die Erkrankung auf der Abholung. Wir brauchen auch die Gewehr. Aha, hier wäre das Blitz, sagen wir, ja, da gehen wir aber dann auch später nochmal hin, jetzt sagen wir, machen wir uns jetzt erstmal auf Richtung Super-Super-Markt. Super-Super-Super-Markt, was haben wir denn hier, wie eine Tür, hier kann man rein, Apotheke öffnen, oder gehen wir erst in die Apotheke, ich würde sagen, wir gehen erst in die Apotheke, nochmal schnell speichern, man weiß ja immer, nee, was hier passiert in der Apotheke. Red X, immerhin, Stimpak, G-Stock. Nee, sieh da, okay, Worgflasche. Raten noch in die Ja, äh, 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 ruchum. Aber mehr ist ja auch gar nicht, das war jetzt, naja, eine mittlere Ausbeute hier, würde ich sagen, da ab Always! Deswegen hat es auch gar nicht so lange gedauert Zu laden wahrscheinlich Ich habe sogar keinen Ladebildschirm für Dann bin ich dunkel Und wie gesagt, es ist nicht mehr so dunkel wie Letztes Mal, weil es nicht mehr funktioniert Was ich relativ schade finde Eigentlich Vielleicht gibt es dann bald hier einen Patch Für, also eine neue Version Von dem Oder Mal hier rein Sohne, nix Sohne 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 wieso trifft er nicht? oh man, ich glaub das nicht das ist echt schlimm wo ist die Pistole eigentlich? was soll ich wohl doch grad da rein? das wäre aber gar nichts oh, hier gehts aber weiter hier runter hier ist aber auch nichts nochmal hoch hier rüber, ach ne hier hier hoch mal sehen, dass wir hier nichts sehen könnte aber wahrscheinlich hier rüber naja, aber warum? so sollte man, ups, kann man gar nicht okay okay wir waren eigentlich Richtung Super Tuper Markt naja, sch- oh ja krass naja, ist schon schön nicht schöne Wettereffekte haben wir da haben wir da haben wir Blitze ist schon krass, ne? und jetzt sollten wir uns schnellstmöglich in den Super Tuper Markt begeben nochmal speichern nochmal speichern ja, und die Wettereffekte sind schon wieder hammerhart hier schnell hier rein ah, hier haben wir wo ist denn der Computer von dem Ding? wo ist der Computer von dem Ding? ich hätte jetzt gern den Computer von dem Ding hier pssst warte ja, bellen noch lauter rum das ist der Computer das ist der Computer Cape same und das mal mit Cape ist ein neuer Treffer das kann jetzt auch nicht DEM sein drin drin ok Safe Störung das haben wir schon mal geöffnet und jetzt machen wir noch Protektorenstörung an den irgendwo hin 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 Aktivierung Protektoren zu diensten. Ich schütze und diene. Ich schütze und schütze. Die Kettbewerbs und Ordnung haben sich durchgesetzt. Weiter gehen, Bürger. Natürlich ein bisschen lame so, aber... Weiter gehen, Bürger. Hä? Loll, ist der jetzt weggepackt? Nee, ist hier hinten. Ich schütze und diene. Ich verlinne der tätige Anwendung tödlicher Gewalt. Das heißt, ich muss den einmal treffen, dann kriege ich Erfahrung. Das ist gut zu wissen. Das ist doch mal gut zu wissen. Nein, es ist abgebrochen. Irgendwie zu ohne. Ja! Medics, Medics, Overdrive! Okay... Was ist das für ein Ding? Ein Chuprox oder sowas? Ein super-duper-Markt. Mit schönen kleinen Köstlichkeiten. Mit ganzen Melonen, die ich einfach so in meiner Rucksack-Tasche stecke. Ich habe mich drauf gemacht. Bitte treten sich zurück. In diesem Bereich wird nun geschlossen. Während sie beginnen Angriff auf feindliche Ziel. Lage normal Nuke Golder Flaschen Nuke Golder Quantum Auf den ist schon edel gereift Cooler Ich schütze und diene Das freut mich Hä, wo ist Doc Miet eigentlich da? Wer sitzt dahinter am Schild? Hey! Komm schon! Schnapp's dir! So, wir können ihm eigentlich nur wieder ein bisschen was geben Doc Miet kann ich nicht mehr tragen Gut, das war's auch schon was wir ihm geben können So, wir sind natürlich noch gar nicht fertig Wir müssen noch mal hier hinten hin Können natürlich diesen Feuerlöscher mitnehmen, aber der ist so schwer Tür ist verschlossen Bevor wir die verschlossenen Türen machen Mal hier rein Ob es hier noch irgendwas gibt Was war hier? Achso, er hier Was schießt denn der? Was ist das? Ja Aha, aha Ja. Verrückt! So! Wollen wir nochmal speichern hier. Diese verrückten Gude. Oh, der arme Teddybär. Wie der wurde eingesperrt. Ich kann ja mein Teddybär auch leider nicht befreien. Das finde ich jetzt sehr schade. Hier ist noch was. So gut, dann werden wir nächstes Mal genau hier an der Stelle weitermachen und uns den Computer angucken. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen oben da. Wenn nicht, dann nicht und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Tschüss!